hallo ihr lieben ich zeige euch hier in diesem video wie ihr recht schnell karten im mixed media look herstellen könnt deren aufwand sehr überschaubar ist ich habe mich gefragt was genau ist eigentlich mixed media und habe mal das internet befragt und wikipedia sagt zum beispiel dass man in der bildenden kunst von mixed media spricht wenn man mit gemischten also mit verschiedenen medien arbeitet also malerei mit zeichnung kombiniert oder vielleicht zum beispiel noch collage elemente einfügt und da habe ich dann gedacht das machen wir karten bastler ja eigentlich permanent wir arbeiten mit strukturpasten mit stempel abdrücken dann gibt es nouveau drops das ist noch mal ein ganz anderes material wir kollagieren farbiges papier ein also das ist schon ziemlich mixed media lastig und trotzdem wäre ich jetzt irgendwie nicht auf die idee gekommen unsere ganzen karten basteleien per se als mixed media zu beschreiben und habe mich gefragt woran liegt denn das nun und ich denke bei mixed media immer an irgendwas was so ein bisschen ja so mit großer geste künstlerisch daherkommt so und aber wie bin ich nun eigentlich gekommen auf dieses thema und das war extrem profan ich habe mir diese hier verwendete marabou strukturpaste mal irgendwann gekauft und wollte damit eigentlich schablonieren also das über stencils streichen das habe ich auch gemacht als ließ sich total doof reinigen das klebte einfach sofort an den stencils fest und wenn die so fein sind ließ sich das echt blöd reinigen hat mich voll aufgeregt und dann stand sie da auf meinem schreibtisch und ich habe sie nicht mehr verwendet und ich habe sie immer wenn ich an meinem schreibtisch sitze angeguckt so das hat mich jetzt wiederum darauf gebracht die muss mal weg die muss mal verwendet werden und da habe ich nach einer idee gesucht und damit fangen wir jetzt mal an als untergrund benötigt ihr einen cardstock zum draufspachteln und irgendetwas was ihr drauf spachteln könnt also entweder so ein embellishment muss so eine struktur paste irgendeiner art wahrscheinlich geht sogar molte fill oder so etwas und so einen kleinen spachtel das muss jetzt hier nicht so schickes malmesser sein wie ich hier habe ihr könntet auch das von meinem titelbild nehmen so was gibt es bei teddy das sind so kuchenspachtel oder wahrscheinlich geht auch einfach ein stück cardstock irgendwas was kräftiger ist also ich würde sagen ab 300 gramm so und ich habe jetzt hier einfach mal frisch und frei losgelegt und bevor ihr das macht möchte ich euch noch etwas anderes sagen ohne lang nachzudenken habe ich nämlich gleich losgelegt und ihr seht mein untergrund der cardstock hat sich ganz doll gewählt das liegt daran dass diese akryl struktur paste die ich verwendet habe vermutlich recht viel wasser enthält und das papier welt also dem könntet ihr entgegen wirken wenn ihr wahrscheinlich euch das papier fest tapet also wenn ihr als ob ihr jetzt meinetwegen mit aquarell arbeitet oder aber als weiteren tipp den ich im internet recherchiert habe kann man das papier auch einfach beschichten mit einem klarlack so etwas hatte ich noch zu hause und zwar das ist so ein ganz einfacher super matter deko varnish von action habe ich genommen und damit habe ich einen weiteren test gemacht und schaut mal das hier man sieht es nicht aber es hat sich deutlich weniger gewählt also ich weiß nicht ob man das jetzt im vergleich zu dem schwarz sieht aber es macht einen ganz enormen unterschied ich habe das ganze auch mit wasser besprüht und hinterher noch mal unter meine arbeitsmatte hier gepackt damit presse ich sonst immer alles mögliche platt das hat es aber auch nicht gebracht also eine beschichtung mit einem zwar auch wasserlöslichen lack aber am ende ist das so ein ultramatt lack der hat total was gebracht das als tipp von mir am rande so mein untergrund hier ist nicht behandelt aber ihr seht ich trage jetzt meine spachtel masse was immer ihr da auch nehmt auf auf mein malmesser auf die unterseite wie gesagt ihr könnt auch cardstock nehmen das oder eine dicke grau pappe irgendwas was so ein bisschen eine festigkeit aber auch eine flexibilität hat und das ganze habe ich jetzt einfach auf meinen untergrund drauf gespachtelt und durch den druck den ihr ausübt variiert ihr sozusagen wie deckend das ganze ist und durch diese also diese strukturen bekommt ihr dadurch wenn zum beispiel was an der kante von dem malmesser oder was immer ihr verwendet dran vorbeiläuft und ihr seht jetzt auch dass es manchmal ebenso so ja halb angespachtelte bereiche gibt wo nur noch so kleine krümelchen hängen und so das macht natürlich den den reiz einer solchen technik aus dass es ebenso zufällig unregelmäßig ist und so ein spiel zwischen vordergrund und hintergrund entsteht na also euer hintergrund blitzt dann da ja noch durch wenn jetzt zum beispiel einen dunklen hintergrund habt wie hier fällt das natürlich ganz besonders auf also das kommt dann immer darauf an welche farbe hat eure paste die ihr verwendet oder hier zum beispiel seht ihr was ich meinte mit läuft an der an dem malmesser vorbei da hat man so eine ganz ganz dicke nase ist jetzt vielleicht zum verschicken einer karte nicht so prickelnd macht aber natürlich ein schatten und ganz viel dimension so und wenn man jetzt noch eine weitere dimension ist natürlich keine dimension aber eine weitere varianz reinbringen will dann könnte man dazu noch farbe nehmen ich habe hier acryl farbe verwendet zusammen mit meiner paste und zwar habe ich mir das ganze auf meinem malmesser gemischt also ich trage das wieder auf naja nur so ein bisschen üppiger als wenn ihr zahnpasta auftragt habt ihr ja vorher schon gesehen und da gebe ich mir jetzt immer noch einen tupfen farbe mit dazu also hier habe ich so ein türkis genommen das sind ganz billige acryl farben von action die ich hier habe bis auf meinen neon das hatte ich irgendwie auch noch rumfliegen also es waren auch diese anderen farben das war alles was ich da hatte und da zu diesem türkis kommt jetzt noch so ein hautfarbton sage ich mal dazu und da könnt ihr jetzt ausprobieren ab wann ihr diese farbe seht da muss man manchmal dieses malmesser so ein bisschen kippen wenn man da noch mal rüber geht also man kriegt immer ganz verschiedene effekte und da müsst ihr dann gucken wenn jetzt ganz oft immer rüber spachteln würdet würde sich das natürlich endgültig vermischen und ihr würdet so mehr gemixten farbton bekommen und das hier war jetzt der rest der noch an meinem malmesser dran war das muss man sozusagen gar nicht weg tun man kann immer also die reste habe ich wirklich total super aufgebraucht immer noch was an dem malmesser dran klebte und jetzt habe ich mir hier einen hellblauton noch drauf gemacht und kommen mal von der anderen seite als das vorher waren und habe ich jetzt hier die kamera nicht mehr so gut getroffen sei es drum hier seht ihr das ergebnis also einmal kommt man von rechts und einmal von links mit dem gespachtel auch sowas kann man ja probieren also wo ist der anfangspunkt wo ist der endpunkt aber ihr seht schon in was für einer kurzen zeit man da so einen satz untergründe raushaut und der zeitfaktor liegt nachher in der trocknung aber von daher habe ich einfach immer weiter gespachtelt also erstmal war das natürlich total spannend zu sehen wie verteilt sich jetzt die farbe und so und dann hat man natürlich am ende einfach riesen haufen hintergründe die man weiter verarbeiten kann aber wenn man zeitdruck hat man muss halt diesen trocknungsprozess mit ein berechnen man kann das bestimmt auch trocken föhnen das habe ich jetzt nicht probiert ich habe es einfach hingelegt und gewartet so hier seht ihr nochmal habe ich ein grün und ein gelb grün genommen und wie ich sozusagen diese farbtupfen da verteilt habe und da bin ich jetzt einmal rüber gespachtelt und das sei jetzt auch eher noch ein bisschen sehr viel weiß aus aber dadurch dass ich so eine welle gemacht habe bekommt das natürlich auch irgendwie schon so einen gewissen schwung und so eine gewisse richtung und das ist ja dann quasi schon das was nachher auf der karte passiert bei diesen karten habe ich ja nachher nur noch immer einen gruß dazu getan oder kaum noch irgendwas an weiterem dekorationsmaterial also das kann natürlich jeder handhaben wie er will aber ihr seht man kann eben mit recht wenig schi schi sag ich jetzt mal kann man trotzdem effekt erzielen und jetzt das hier ist ja ganz wenig farbe und jetzt habe ich nur noch ganz wenig weiß und mach mal die acryl farbe ohne noch zusätzliches weiß da drauf das habe ich mal ausprobiert und auch das funktioniert das macht sich jetzt halt quasi rein in die struktur passe die schon drauf liegt und da hat man dann eben auch einen sehr schönen kräftigen farbton und wo ich jetzt schon mal bei diesen kräftigen farbtönen war bin ich dann ganz mutig geworden und habe mir noch mal meinen neon farbton hier ich habe so ein neon rot in acryl farbe rausgesucht und habe gedacht naja das sieht vielleicht auf dem kraftfarbigen cutstock ganz gut aus da ist der kontrast nicht ganz so hoch wie auf dem schwarz und habe das mal ausprobiert weil ich finde ja neon und sommer passt ja auch immer gut also ja habe ich gedacht gibt vielleicht noch mal irgendwie sowas sommerliches und sieht schon sehr dynamisch aus mit diesem neon rot und diesem weiß also ja neon ist einfach eine knallerfarbe und drängelt sich natürlich total nach vorne und ich fand es aber total spitze auch hier gerade noch mal das messer abzustreifen also dass das macht einfach tolle strukturen so und jetzt aber doch noch mal auf schwarz weil ich gedacht habe so jetzt aber noch mal richtig mal gucken wie doll das jetzt wird und ja sieht auch toll aus gefällt mir auch super noch mal hin einmal her irgendwelche löcher die euch nicht gefallen könnt ihr natürlich einfach weiter zu spachteln dann ändert sich natürlich da so ein bisschen durch die struktur habt ihr gesehen dass das dann noch mal da andere maserung bekommt und man kann eben auch dunkle farbflächen noch mal mit was hellem überdecken und hier mache ich einfach gerade nur noch mal meinen mein malmesser sauber und da seht ihr auch noch mal wenn man öfter drüber streicht dann mischt sich die farbe das wird jetzt eher so ein so ein pastellton fast schon und das sind jetzt die ganzen mehrfarbigen hintergründe die da entstanden sind und die habe ich mir einfach mal so aufgelegt und fang jetzt an und macht dann noch meine grüß wörtchen drauf ich glaube nach am ende habe ich gar nicht alle untergründe verwendet aber wir können ja gleich mal uns die ergebnisse zusammen angucken auf diese mehrfarbigen karten kamen auf jeden fall nur gestanzt grüße drauf und dann noch ein kleiner gestempelter oder manchmal handgeschriebener streifen je nachdem bei dieser schwarz grundigen die lang karte seht ihr auch sehr gut dass diese spachtelung nun wirklich wie ein bild element wirkt und diese abbruchkante da rechts wo das noch so leichte pocken hat sieht finde ich total attraktiv aus und es bedarf da eigentlich gar nicht mehr viel sachen darum hat das ganze auch nur noch die buchstaben moin bekommen also ihr hört ich bin aus dem norden das heißt so viel wie hallo und das ist glaube ich ein stanzen set von alter new das toll alpha set und da gab es dann noch einen kleinen gruß drunter fertig war die laube nächste karte gleiche farben anderes format dieses mal nur mit hallo stanze von create a smile von create a smile waren bei der vorherigen karte auch der gestempelte gruß hier habe ich es handgeschrieben weil ich das irgendwie zu lang fand aber so toll fand ich das jetzt handgeschrieben bei mir am ende dann auch nicht die nächste karte ist die die mit türkis und hautfarbener acrylfarbe eingespachtelt wurde und da habe ich mir das hallo und ein herzchen von alexandra renke hier in so eine straße sage ich mal von spachtelmasse gesetzt weil sich das da irgendwie so ein bisschen farblich auch konzentrierte und damit war auch diese karte fertig so jetzt kommt hier eine neon karte und auch da kam nur noch von create a smile eine stanze und ein stempel dazu farben waren auch so aufregend genug und da gibt es auch so genug zu gucken auf der karte das passt so wie es ist jetzt kommt noch eine weitere neon karte und hier seht ihr genau an den knicken beim aufkleben die problematik des sich wellens das war jetzt allerdings auch kein cardstock sondern nur ein kraft papier und das hat dieses wasser aus der spachtelmasse auf gar keinen fall vertragen also nehmt da bitte immer mindestens cardstock und wie gesagt mein tipp grundieren dann welt ist sich nicht ganz so doll und diese karte hat tatsächlich noch als einzige ein weiteres embellishment bekommen weil ich da die farbfläche irgendwie zu einheitlich fand und ab da matte klebefolie aufgetragen und zwar einfach doppelseitiges klebeband aufgeklebt in verschiedenen längen und habe da hot foil folie drauf gemacht also das geht auch mit kleben es heißt ja immer dass die eigentlich dann nur für heiß geht aber ne dem ist nicht so die geht auch zum kleben wie ihr seht so und nun kommen wir mal zu den einfarbigen untergründen von meinen allerersten versuchen und die hier möchte ich jetzt noch so ein bisschen mehr mixed media mäßig gestalten mit weiteren elementen und zwar da würde ich gerne wirklich mit distress oxiden und schablonen drüber gehen und ja steige da noch mal etwas tiefer in die materie ein mal gucken was es wird mein erster versuch war noch sehr zögerlich ich habe dünne linien gezogen mit alkohol markern und farblich passenden negern faden ergänzt unter dem schriftzug sowie das ganze mit pailletten umgrenzt ich finde das ganze aber ein wenig zu flau und zu vorsichtig die linien hätten dicker gemusst das garn hätte dicker gemusst so ist das halt manchmal unter das huu hätte noch mehr farbe gekonnt aber schwamm drüber bei der nächsten karte habe ich dann tatsächlich eine schablone genommen und mir die distress oxide vorgenommen und da ist mein farbton wahl auf etwas gelbes gefallen und damit werde ich jetzt ein wenig farbe durch diese schablone bürsten die zwischenräume fand ich immer noch ein bisschen groß und weiß und darum habe ich das ganze einfach noch mal diagonal drüber gelegt und noch ein bisschen farbe aufgetragen ihr seht dass ich immer mal wieder zwischen probiere also diese karten mit dem zuerst weißen gespachtelten hintergrund dauern auf jeden fall länger weil ich irgendwie immer noch mal geschaut habe so und jetzt sollen da nämlich noch ein paar sprengel in den hintergrund da habe ich den deco time aqua marker von action genommen ich glaube die nummer 62 ein ganz dunkles blau und jetzt soll hinter das hallo noch ein bisschen was also das war wirklich so ein puzzle prozess der dann da stattgefunden hat das macht total spaß bloß wenn man auf der suche wirklich einer ganz schnellen karte ist ist das eher nichts aber da kann man eben auch ganz toll so kleine restchen verwenden und so und dieses mit farbe rum kombinieren macht mir da total spaß so jetzt waren mir die sprengel dann aber am ende doch nicht dunkel genug und da habe ich jetzt die vorhandenen sprengel einfach noch mal ein paar davon dunkler nachgetupft so und jetzt gibt es noch so kleine rähmchen so angedeutete ecken um mein hallo mit schwarzem fineliner und lineal sehr fransig die kanten alles unterschiedlich lang und dann hat ein pailletten test ergebene pailletten fand ich da irgendwie doof drauf und jetzt gibt es noch ein paar schwarze novo drops weil ich fand dass in diesem ganzen gekrissel von dem hallo also hinter dem hallo weil es dort noch eine kleine betonung brauchen konnte wie ich fand und dieses resultat gefällt mir nun aber äußerst gut da finde ich diese dicken spachtel streifen sehr hübsch und attraktiv und ja die finde ich richtig richtig toll die karte so bei dem nächsten modell wollte ich das auch direkt noch mal ausprobieren schablone drüber und los geht's dieses mal mit der schwarzen distress farbe so und die trage ich hier nun ein wenig üppig auf wie ihr gleich sehen werdet das hat mir dann nicht gefallen das ist nämlich jetzt ein sehr großer kontrast und ich glaube darunter leidet dann gleich die lesbarkeit von meinem wort also musste das irgendwie bisschen wieder zurückgenommen werden das habe ich angesprüht mit einfachem wasser und gehe da jetzt mit küchen crepe drüber und ihr seht schon das verläuft aber das wird auch sehr viel heller noch ein bisschen was mit wasser ein pinseln und dann kann man noch ein bisschen reiben und dann kann ich jetzt damit leben weil ich denke ja klar das passt schon und das wort will ich jetzt aber noch mal ein bisschen betonen und da reibe ich einfach ein bisschen was von der gelben distress farbe drunter das sieht jetzt vielleicht auch so wie ein pinselstrich ist ja auch leicht feucht dadurch hat das super gut darauf gehaftet also das mal dann ja richtig so und jetzt wollte ich da aber noch irgendwie was drauf haben und pailletten hatten wir beim ersten schon nicht gefallen aber ich habe noch diese nuvo glace also so ein glänzendes gel und das ist ziemlich dünnflüssig und das läuft so richtig toll guckt euch das mal an da hat man 1a nasen und das ist dann die fertige karte die ich sehr sehr großartig finde weil mit wenigen elementen eigentlich ein sehr interessantes bild entstanden ist und ja also für für meine begriffe ist es total mixed media mäßig weil halt ja so ein bisschen glänzend so ein bisschen matt so ein bisschen dies so ein bisschen das ich finde sie einfach super und die farben gefallen mir auch ganz ganz toll bei dieser karte gestalten wir den weiß gespachtelten hintergrund auch farbig und zwar improvisiere ich hier eine geldruckplatte mit einem fotopolymer stempel diese idee habe ich mir abgeschaut von der carry vom amerikanischen kanal in kill revival die macht sehr schöne sachen wie ich finde und die stempelt als alternative zu einer geldruckplatte also so einer gel press ich habe mir auch mal eine gekauft und bin aber auch noch gar nicht dazu gekommen die wirklich zu verwenden und habe gedacht jetzt probiere ich doch mal dieses improvisierte ding ihr nehmt euch einen möglichst flächigen fotopolymer und ihr seht ich habe mir hier gerade was was drauf gedrückt einfach ein bisschen farbe jetzt sprüht ihr wasser das war bei mir jetzt ziemlich reichlich dann dreht ihr das ganze um und drückt es einfach da drauf ab und genau ich konnte jetzt hier quasi direkt auch noch sprengel machen weil ich so viel wasser drin hatte und manche da jetzt einfach sehr wild drauf rum guckt mal das ist sogar so flüssig das kann ich sogar noch so ein bisschen hin und her laufen lassen und das ist dann das ergebnis sehr farbintensiv und damit kann man tatsächlich richtig gut stempeln mit dem rest könnt ihr euch auf dem aquarellpapier den rest noch mal abdrucken und da noch eine andere restekarte draus machen und ich mache jetzt hier aber mit meinem gespachtelten weiter und habe da ein eine hallo stanze von semi film drauf gesetzt ich fand die ist auch sehr kräftig so in ihrem wort und das passt jetzt zu diesen kräftigen riefen vom gespachtelten und zu der kräftigen farbe dann habe ich gedacht naja mixed media da muss ja jetzt dann noch irgendwie ein bisschen mehr probier passieren und habe probiert mit diesen action ich glaube das sind auch acryl marker die hatte ich vorher noch gar nicht benutzt die habe ich hier erst mal angetestet auf dem weißen stück papier und damit ziehe ich jetzt einfach linien hinter meinem hallo in einer farblich passenden auswahl also ihr seht ich habe hier türkis und hellgrau genommen es sollte nicht zu bunt werden weil ja es ist einfach schon mal sehr unruhig was ja eben bei vielen von diesen mixed media geschichten auch wirklich ist also das ist auch so ein punkt so manchmal finde ich das eben dann ja auch einfach sehr wild und so naja aber ihr seht ich habe das ganze jetzt noch mit einem spruch ergänzt ich glaube der erste aus meinem alter new stempel set german label lave finde ich ganz toll dass die amerikaner mal was deutsches gemacht haben und habe einen kleinen gelben nouveau drop an das hallo gesetzt das fand ich irgendwie reichte schon ein tröpfchen und die karte ist doch auch echt super geworden also das ist schon ein ziemlicher klopper finde ich mit diesen gespachtelten riefen aber auch die finde ich toll diese karte ist haargenau so hergestellt nur dass ich einen stempel abdruck mit der farbe fossilized ember gemacht habe und noch mit einem stempel set von docraft mit so diesen sechseck mustern rein gestempelt habe in schwarz das ist eben zum teil so ein bisschen gräulich geworden seht ihr und auch wieder denselben schriftzug aufgebracht habe und ich habe natürlich auch jetzt nicht ganz so viel farbe genommen oder vielleicht sieht man sie auch nicht ganz so doll weil ja auch der untergrund ein anderer ist und so weiter und so fort hier gab es dann noch einen kein nouveau drop sondern vom action fabrikat ist es glaube ich oder fahren die mal aus dem euro shop ich kann es euch gar nicht sagen jedenfalls ein türkisfarbenes tüpfelchen aber jetzt schaut euch das doch mal bitte an das sieht so total spitz aus ja das regt mich immer voll auf also das muss ich auch mal für was anderes verbrauchen und ihr seht da habe ich auch im hintergrund irgendwie so ein so ein test gemacht mit mal in größerer fläche auf schnubbeln vielleicht mache ich das noch mal irgendwann aber jetzt gibt es erstmal hier am ende vom hallo ein türkisfarbenes tüpfelchen auch wenn es nach oben so einen schnippe da hat so einen tupfen naja das ist leicht wie eine hunde hinterlassenschaft aussieht wenn man böse sein möchte aber nun gut damit ist auch diese karte fertig so und das ist die karte jetzt noch mal in gänze die farben sind sehr viel dezenter als beim vorgängermodell mir gefällt hier auch besonders gut noch mal dieser sechseck stempel das ist glaube ich mein zweites stempel set gewesen was ich je hatte und das gefällt mir immer noch das sind so ganz viel so geometrische formen drin muss ich vielleicht auch noch mal was mit machen diese karte ist nun eine variante zu der gerade gezeigten da habe ich auch wieder mit der gelben stempelfarbe einen abdruck von dieser improvisierten geldruckplatte schwarze farbe drüber gesprengelt orangenen cardstock drauf kollagiert noch ein altes washi tape mit eingearbeitet und einen kleinen spruch mit drunter geklebt und statt meinem nouveau drop ist dort eine große goldene paillette die hier allerdings eher sehr dunkel daher kommt von der optik und das hier ist eine karte die aus restabdrücken entstanden ist da habe ich ein aquarellpapier genommen und hatte doch mal diesen türkisfarbenen rest abgedrückt und ich meine dass das als ich weiter immer gelb drauf gedruckt habe dass das dann grün geworden ist weil ich habe zumindest bei mir diesen türkisfarbenen rest nicht mehr gefunden und schließe daraus das muss wohl das resultat sein fand ich jetzt auch sehr spannend dass sich das im nachhinein noch so gemischt hat aber ja wer es von euch noch mal ausprobieren will der schreibe mir doch mal ob das tatsächlich so miteinander reagiert oder nicht auf jeden fall habe ich da mit schwarzem fineliner einfach so zarte gewellte linien in den hintergrund gemalt mein hallo drauf und einen handgeschriebenen gruß der jetzt natürlich auch alles andere als perfekt ist da habe ich mir dann wahrscheinlich nicht mehr so viel zeit gelassen und das ganze auf so einen grauen cardstock rolling gesetzt und damit war diese sehr schlichte karte fertig das fazit was ich jetzt hier ziehen kann ist mir gefallen viele karten richtig richtig gut die entstanden sind nicht alle aber ich glaube das geht wahrscheinlich jedem so und ich bin erstaunt wie schnell vor allen dingen die karten ging mit dem mehrfarbig gespachtelten hintergrund auf jeden fall spaß hat es mir total gemacht und mein eigentliches anfangs ansinnen war ja ich wollte diese tube von diesem mixed media zeug verbrauchen diesem dieser spachtel masse nenne ich das jetzt mal also dies jetzt wirklich fast alle und ich bin fast ein bisschen traurig weil das war so toll vielleicht muss ich mir sogar noch mal eine tube kaufen das hätte ich nun gar nicht gedacht ja wie auch immer vielleicht probiert ihr das ja auch mal aus weil ihr vielleicht auch noch so altlasten irgendwo rum schlummern habt schreibt mir doch mal und ich wünsche euch viel spaß beim basteln vielen dank fürs zusehen und bis demnächst tschüss